Hallo und herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Disney Dreamlight Valley. Ja, in der letzten Folge haben wir uns dieses wunderschöne Diadem angezogen. Und ich muss mal eben schauen, ich würde heute gerne, ich habe mir nämlich, ach da ist er, ich würde heute gerne die Quest mit Christoph weitermachen, weil ich die andere noch leveln muss und ich möchte halt schon gerne eben Questen, wo die Leute schon auf 10 sind. Hallo. So, Hallöchen. Oh, hey Gameplayerin, hast du kurz Zeit? Für meine Freunde immer. Ja, danke. Ich bin froh, dass du mich als Freund siehst, denn das ist ein bisschen seltsam. Also, während Donald auf der anderen Seite im dunklen Portal war, habe ich für eine ziemlich lange Zeit im Wald gelebt. Ähm, warum bist du nicht einfach zurückgekommen? Naja gut, er hat ja auf ihn gewartet. Ja, hast du das alleine überlebt? Ging es dir da draußen gut? Oh ja, sicher. Ich weiß, wie man im Wald überlebt. Ich finde alles, was ich brauche, obwohl sowohl Nahrung als auch Unterkunft. Äh. Aber nach all der Zeit da draußen könnte ich wirklich etwas Seife gebrauchen. Donald meinte, ich würde nicht gerade erfischend riechen. Er hat es nicht so höflich ausgedrückt. Okay. Würdest du mir bei der Herstellung an der Seife helfen? Klar, wenn ich weiß, wie das geht und es auch kann. Großartig, danke. Weißt du, du erinnerst mich irgendwie an jemanden. Äh, aber ich kann mich nicht genau erinnern, wer sie war. Seltsam. Haha. Nun, für die Herstellung von Seife brauchen wir Lauge. Lauge. Ich will dir keine Angst machen, aber die Herstellung ist ziemlich kompliziert. Vielleicht solltest du dir Notizen machen. Äh, meint der das jetzt ernst mit den Notizen? Weil, ich habe ja immer meine Zettel hier dabei. Aber normalerweise müsste der das ja aufschreiben, ne? Wir brauchen Asche. Ich habe die nie im Dorf gefunden. Ich schätze, ich weiß, woher du sie bekommst. Ich schätze mal, du musst etwas verbrennen. Hm? Warte, bevor du noch etwas anbrennen lässt. Oh. Als ich damals im Wald feststeckte, habe ich in der Nähe der eisigen Höhen ein Lagerfeuer gemacht. Wenn du dort ein paar verbrannter Holzscheite finden kannst, kannst du sie in einer Werkbank zu Asche zerreiben. Okay. Was soll ich als nächstes machen? Anschließend kochst du die Asche wie jedes andere Gericht auch, um Lauge zu gewinnen. Also, aus Asche wird Lauge gemacht, okay? Ist das echt Asche? Wenn du das geschafft hast, komm zu mir und ich erkläre dir, was damit zu tun ist. Okay, verstanden. Oh, 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 oh. Super. Ich werde herausfinden, was wir sonst noch brauchen, während du die Lauge herstellst. Denk daran, mein Lager befindet sich im Wald nahe des Eingangs zu den eisigen Höhlen. Hey, danke. Kein Thema. Äh, solange ich nur was einsammeln muss, ist alles okay. So, jetzt mal gucken. Da sind die eisigen Höhlen. Ich habe hier doch auch schon mal ein Lagerfeuer gefunden. Da. Aufheben. Okay, ich habe hier wahrscheinlich keins gefunden. Das war jetzt ein Zufall. Ist das jetzt richtig wahr, wo ich hingelaufen bin? Oh, ist das schön. Meine aber, shit. Ach so, das ist eine Erinnerung. Und ich wollte mein Schweinchen gerade ernten. Ah, die Eisköne hin. Okay, also. Reicht das denn von der Asche her? Das ist nur eins. Okay, na gut. Gucken wir mal, ob das ausreicht. Also. Ich weiß nicht, warum ich immer hier hingehe anstatt zu uns, aber. Ach so, ich bin eigentlich auch doof, ne? Das war jetzt eine rhetorische Frage. Ich könnte doch eigentlich die Werkbank, die hier unten steht, auch näher nach da hinten hinstellen, nehme ich mal an. Moment, das muss ich mir jetzt mal angucken. Oder? Ja. So, zum Beispiel hier hin. So. Es tut mir leid, Goofy. Aber deine Werkbank steht jetzt auf der anderen Seite. So. Dann. Machen wir Asche. Zack. Und die, leeres Fläschchen. Die sollen wir jetzt zu Lauge weiterverarbeiten. Ach nee, kochen, hat er gesagt, ne? Genau. Dann muss ich aber auf jeden Fall nach oben. drinnen. So. Hätte ich auch direkt alles oben machen können. Aber egal. Ähm. So. Lauge. Okay. Sieht irgendwie eklig aus. Aber gut. So. Wo ist denn jetzt eigentlich die Aufgabe? Die muss ich doch... So. Bringe Christoph die Lauge. Das war mir zwar schon klar, aber die Frage ist, wo ist der Kerl schon wieder hin? Aha. Ich finde ihn mal wieder nirgendwo. Ah, da ist er. Da ist er. Wehe, du haust jetzt ab, Christoph. Wo bist du? Ach, du stehst schon hier. Bitteschön. Oh, hey. Die Lauge sieht fantastisch aus, Gameplayerin. Gute Arbeit. Okay, die nächste Zutat, die wir für Seife brauchen, ist Öl. Ich verschwende... Äh, ich verwende normalerweise Karottenöl. Karottenöl. Sicher, das könnte man machen. Aber warum nicht mal was anderes? Lass uns etwas Neues hinzufügen. Maui hat ziemlich tolle Haare. Wir sollten ja rausfinden, was er dafür benutzt. Ähm, ich schätze mal, es muss was mit Kokosnüssen zu tun haben. Ja, genau. Das ergibt Sinn. Aber ich denke, ich kenne mich mit Kokosnüssen nicht aus. Du solltest ihn zur Sicherheit fragen. Hey, danke. Das wollte ich jetzt eigentlich verhindern, indem ich das angeklickt habe. Aber gut. Ach, hier ist er. Wehe, du rennst jetzt wieder weg, Maui. Schön stehen bleiben. Oder sind die jetzt hier wieder bei Dagobet? Ich glaube, die sind bei Dagobet, oder? Maui-Lein. Falls du Hilfe brauchst, frag einfach Maui. Ja. Äh, ich habe auch ein paar Fragen. Einem Halbgott von Angesicht zu Angesicht gegenüber zu stehen, ist sicher sehr beeindruckend. Aber du kannst dich entspannen. Ich bin nur ein gewöhnlicher Kerl, der zufällig ein Halbgott ist. Stell ruhig deine Fragen. Ähm, ja, das mit den Tattoos wissen wir ja. Was ist das größte Monster, das du je bekämpft hast? Ich würde so gern plaudern. Das kam mir zu Kai. Ich habe mich gerade schon gefragt, ob Maui eine andere Stimme bekommen hat. Ähm, wenn es um die reine Größe geht, gewinnt eindeutig das Lava-Monster. Es war so groß wie ein Berg. Du bist wirklich der Knüllerzwerg. Ich weiß, ich weiß. So, ähm, die Wald hinter sich lassen. Hallo Gameplayerin. Was kann ich für dich tun? Maui ist immer für dich da. Es sei denn, ich habe was zu erledigen und ich habe eine Menge zu erledigen. Hehe. Ich möchte Christoph bei der Herstellung von Seife helfen und dachte, du hättest vielleicht eine geheime Zutat, die dein Haar so glänzend macht. Ähm, was ist dein Geheimnis? Aha. Das würde ich gerne wissen. Ha! Würde das nicht jeder? Nun, nichts wird das Haar von jemandem so toll aussehen lassen wie meins. Aber man kann es annähernd so gut hinbekommen. Ich habe ein Wort für dich. Kokosnussöl. Voll gerne. Gern geschehen. Zwölf Kokosnüsse. Habt ihr irgendwie... Ist das offen? Hallo. Zwölf Kokosnüsse. Die muss ich mir nochmal kurz... Farben, wollte ich gerade sagen. Die muss ich mir noch mal kurz abholen. Mann. Ich kann nicht mehr reden. Was machst du denn jetzt schon wieder hier, Goofy? So. Damit ich nicht zu viel brauche. Und dann... Holen wir den Rest von zu Hause. Also nochmal drei Kokosnüsse. Und wir brauchen Karotten. Ähm... Ich habe hier noch... Wir brauchen noch 17 Karotten. Moment. Dann machen wir das so. Ich bin ein zehnmal besserer König als Mufasa. Drei... Drei... Fünf... Sechs... Sieben... Äh... Das ist schlecht. Acht, neun, zehn... Nein. Lass das. So. Dann machen wir die jetzt nochmal wieder rein. Dann müssen wir halt doch von unten nochmal drei nehmen. Oder wir können eventuell auch noch drei rausholen. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt noch genug drin... Ich glaube, ich habe aber gar nicht so viele... In meinen Inventar... Also nicht im Inventar, sondern in den Kisten drin, glaube ich. Ach, genau. Das wollte ich verhindern. Warum stehen die Bäume auch immer so blöd, dass man nichts sieht hier? So. Ich weiß, ich weiß. Ich habe es selber hingetan. Äh... Eichhörnchen hatte ich alle, soweit ich weiß. Ach, hier oben haben sich noch welche versteckt. Ja, die nehmen wir natürlich auch gerne. Dann brauchen wir gar nicht erst nach unten zu gehen. Und pflanzen die auch nochmal neu an. Perfekt. Dankeschön. So. Dann. Drei Kokosnüsse fehlen uns aber trotzdem noch. Kokosnüsse. Wo habe ich Kokosnüsse? Ah, Moment. Da war noch gerade... Ja, kann ich nicht. Ich weiß, ich weiß. Aufteilen. Hoppala. Noch drei. Zack. Hä? Wieso habe ich jetzt zwei weniger als vorher? Jetzt fehlen mir noch fünf. Wollt ihr mich jetzt veräppeln? Jetzt steht nicht drin, wie viel ich brauche. Ja, super. Zwölf. Okay. Nein. Ich drücke ja aber ständig die falsche Taste. So. Jetzt tun wir mal acht raus. Du willst mich doch veräppeln hier. So. Geht doch. Moment, was habe ich denn noch drin? Ähm. Sonstiges. Jetzt komme ich hier nicht mal raus. So. So. Ja, das Lager ist wieder voll. Ich weiß. Dann tun wir das halt ins Zweite. Und den Edelstern, den wir eben holten. Dann tun wir auch nochmal kurz weg. So. Damit wir hier ein bisschen mehr Platz haben. Ist zwar natürlich nicht viel. Aber ich sag mal, ne? Man sollte immer genug Platz haben. Wo ist er denn jetzt schon wieder? Es sollte so eine Funktion geben, wo man automatisch ganz klein scrollt. Ach, da ist er. Der rennt aber auch immer weg, sobald man ihn braucht. Da 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 da. Hi. Oh, hey. Kokosnuss. Genau, wie du sagtest. Nun, ich probiere sie gerne aus. Lass mich dir die Lauge zurückgeben. Hm. Jetzt hast du alles, was wir brauchen, um Seife herzustellen. Ich erhitze schon mal das Wasser. Hey, danke. Stelle die Karottenseife her. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich denke mal zum Kochen, oder? Oder auch nicht. Aber es ist doch Kokosnussöl. Deswegen hätte ich jetzt gesagt, dass das dann eher zum Kochen wäre. Nö. Okay. Dann halt nicht. So. Eigentlich auch wieder dämlich. Ich meine, hätte ich jetzt... Die Sachen hätte ich ja einfach... Ist er noch da? Nee, natürlich wieder nicht. Die Sachen hätte ich ja auch einfach aus dem Ding rausziehen können beim Brauchen. Hä, wie schnell ist der bitte schon wieder weg? Das gibt's doch nicht. Christoph, du Pfeifenkopf. Wo bist du? Oh, hey, warte. Können wir reden? Nein. Hey. Nette Karottenseife geben Plärern. Sie riecht lecker. Und die Kokosnuss verstärkt das Ganze noch. Okay, ich muss nachfragen. Warum Karotten? Magst du den Geruch wirklich? Oh, nee, wir freuen uns mal mal anders. Ist damit eine besondere Erinnerung verbunden? Klar. Irgendwie schon. Als ich aufgewacht bin, waren Karotten für mich und meinen Freund Sven immer etwas Leckeres. Als ich aufgewacht bin. Als ich aufgewachsen bin, meine ich. Wenn wir genug hatten, um daraus Seife zu machen, war das etwas ganz Besonderes. Okay, Zeit für mich, diese neue Seife auszuprobieren. Ich komme bald wieder. Weißt du, das hat sich wirklich gut angefühlt. Danke, Gameplayerin. Ich hoffe, ich rieche nicht nach Kuchen. Wieso Kuchen? Ähm, ich bin froh, dass ich helfen konnte. Du bist wirklich gut darin, allen hier zu helfen. Und ich weiß, dass wir das alle zu schätzen wissen. Ich weiß das sehr zu schätzen. Ja, das hoffe ich doch. Halt, renn dich weg. Oh, hey. Hey, Gameplayerin, hast du einen Moment Zeit? Ja, habe ich immer noch. Danke, ich könnte einen Rat gebrauchen. Ich habe vorhin etwas gesammelt und ein paar Materialien übrig. Etwas Weichholz, Sand und einen guten Stein zum Schnitzen. Was soll ich deiner Meinung nach mit all dem tun? Du könntest damit einen Verkaufsstand eröffnen. Oh. Warte, du solltest einen Verkaufsstand eröffnen. Aber nur, wenn du ihn der Christoph-Stand nennst. Ich schätze, ich habe Erfahrung im Verkauf von Dingen. Eis. Ich habe bereits Eis verkauft. Aber Eis einzubringen und zu verkaufen, scheint etwas ganz anderes zu sein, als sich um einen Verkaufsstand zu kümmern. Ich bräuchte jemanden, der sich damit auskennt. Ich könnte Goofy fragen, wie man einen eigenen Verkaufsstand baut. Er hilft immer gerne. Witzig, dass du Goofy erwähnst. Neulich waren wir nebeneinander angeln. Alles war ruhig und entspannt. Dann musste er niesen, zieht mir damit seine Angel über den Kopf und schubst mich in den Teich. Für Ratschläge übers Angeln würde ich definitiv nicht zu ihm gehen. Aber er hat einen ziemlich guten Verkaufsstand. Ich frage ihn gerne für dich. Nur um weitere Kopfverletzungen zu vermeiden. Mach's gut. Okay. Einen Moment, habe ich jetzt... Ja, ich wollte gerade sagen, habe ich die Aufgabe jetzt nicht... Ähm, Goofy, bist du wieder am Essen? Nein, du bist ausnahmsweise mal unten. Da, 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 da. Er ist schon wieder weg. Nein, ist jetzt nicht dein Ernst. Goofy? Ach, da hinten steht er doch. Mann. Wie geht's dir heute? Na, jetzt gut, jetzt, wo ich dich gefunden habe. Hallo, Gip-Playerin. Ich freue mich sehr, dich zu sehen. Wie kann ich helfen? Christoph will einen Verkaufsstand eröffnen. Ich bin sicher, du hast einen Ratschlag. Hui! Christoph wird seinen eigenen Verkaufsstand haben, oder? Das ist ja toll. Unter uns gesagt, er ist ein wirklich tollpatschiger Angler. Und ich bin froh, dass er das nicht beruflich machen will. Hm. Ich bin ziemlich sicher, dass ich alles habe, was er braucht. Das sind... Dies sind Teile von meinem ersten Verkaufsstand. Aber du wirst ihn reparieren müssen. Hm. Du brauchst einen soliden Stein für ein gutes Fundament. Etwas weich und Hartholz für den Rahmen. Und Eisenbarren, damit alles mit Nägeln zusammengehalten wird. Viel Glück beim Zusammenbau. Bis bald. Juhu. So, haben wir alles. Nein, wir haben zu wenig Steine. Wollt ihr mich veräppeln? Was? Und Holz muss ich auch wieder sammeln. Ehrlich? Ja gut, Holz habe ich jetzt schon lange nicht mehr eingesammelt. und habe doch relativ viel damit gemacht. Holz und Steine brauche ich. Okay. Das ist ja immer scheiße. Achso, die sollte ich vielleicht nicht benutzen, weil da ja nicht immer Stein rauskommt. Wobei, naja gut, jetzt... Das war es schon gut. Unten, da sind die Großen. Die sind, glaube ich, immer gut, wenn man wirklich Stein farben will. Vor allen Dingen kriegt man das dann ja auch mit einem Schlag direkt und so. Und man bekommt eben nur die Steine auch raus. Hi. Ich suche nur gerade Steine. Ich kann mich jetzt gerade nicht mit dir beschäftigen. Ansonsten müssen wir wirklich die Mineralien jetzt hier machen. Die Dinger muss ich hier schon wieder aufheben. Wer schmeißt hier überall mit kostenlosen Geschenkpapier um sich rum? Ich verstehe das nicht. Die Leute sind so verschwenderig geworden, ja? So. Hier ist tatsächlich überall gar nichts. Was haben wir denn hier für Holz? Okay. Offenbar das, was wir brauchen. Und wieder baue zwei Mineralien ab. Sehr schön. Foto können wir auch nachher nochmal eben machen. Da ist nämlich auch direkt drin. Das nehmen wir mal eben mit hier. Ja. Bleibt mir tatsächlich nichts übrig, glaube ich. Als jetzt hier uns so ein bisschen abzubauen. Ich könnte jetzt noch ein paar Punkte ablaufen, letztendlich, wo man eventuell gerade noch Steine im Weg liegen hat. Aber, ne, das ist jetzt auch, ich meine, man bekommt vielleicht ein, zwei mehr pro Ding. Und hier kann man auch noch Erinnerungen finden. Oder auch nicht, wobei mir Geld tatsächlich lieber ist, aber seitdem ich die Kürbisfarm habe, und es ist aktuell noch eine sehr, sehr kleine Kürbisfarm, es wird definitiv noch eine viel größere Kürbisfarm werden. Achso, ich gucke auch beim Falschen, ich bin auch doof. Ich gucke bei dem Weichholz die ganze Zeit. Ich denke, naja, so viel ist jetzt nicht dazu gekommen. Aber ist ja klar, wir haben schon 45. So, aber das Holz sollten wir normalerweise auch gleich alles zusammen haben. Wir haben hier oben noch eine kleine Holzfarm. Ich hoffe mal, die ist auch jetzt wieder aufgefüllt, so ein bisschen. Ah, hier liegt ein bisschen was rum. Hier ist gar nichts fast. Oh Gott. Warum haben wir heute so wenig? Denkt daran, Vorstellungskraft, ja, ja. Ich habe jetzt keine Zeit mehr, Linus, tut mir leid. Ich muss mich hier gerade um wichtigere Angelegenheiten kümmern. So, die sammeln wir aber auch noch ein, weil danach haben wir nämlich gar keinen Stein mehr. Weichholz und Eisenbachen brauchen wir dann auch noch. So. Was habe ich jetzt gesagt? Zehn, glaube ich, ne? Ich hoffe, das war jetzt richtig. Zehn, ja, okay. Dann brauchen wir noch etwas Weichholz. Was ist das denn hier? Offenbar kein Weichholz. Okay. Hier unten sind doch auch nochmal ganz... Boah, dass ich immer überall hängen bleibe. Hallo! Hier unten sind doch auch nochmal irgendwie ganz viele Bäume. Dann nehmen wir einfach noch was mit. Sag mal, hast du mein Freund, Donald, da gesehen? Achso, das war Sky. Ich wollte gerade sagen, stand der nicht gerade neben dir? Da habe ich aus den Augenwinkeln falsch geguckt. Ja, perfekt. Dann... Kehre... Achso, kehre zu Christoph zurück. Ich dachte, ich soll das direkt bauen. Moment, Moment, Moment. Christofflein. Da oben. Bleib nicht überall hängen. So. Wo ist er denn jetzt schon wieder hingelaufen? Och nee, jetzt ist er da oben. War der nicht gerade noch bei mir? Ich hasse das, wenn die überall hinlaufen und nicht da, wo sie hingehören. Großartig. Wir haben jetzt alles, was wir brauchen, um einen neuen Verkaufsstand zu bauen. Danke, Gameplayerin. Ich schätze, wir müssen jetzt nur noch den Verkaufsstand bauen und ihn im Dorf aufstellen. Ich überlasse dir die Entscheidung, wo. Es ist ja schließlich dein Tal. Bis bald. Hm. Ja gut, bauen. Das nehme ich auch mal eben schnell mit. Bauen können wir den... Achso, da können wir ja mal kurz hinporten, ne? Äh... Geht vielleicht ein bisschen schneller. Na... Ey, das ist... Boah, ganz ehrlich. Das Ding kommt jetzt mal weg. Jedes Mal, wenn ich hier um die Ecke laufe, bleibe ich an dem Teil hängen. Das ist grauenhaft. Wieso ist jetzt hier schon wieder ein neues? Äh, nee. Blaubeeren meine ich. So. Bau Christophs Stand. Da. So, aber wo stellen wir den jetzt? Also der will Eis verkaufen, ne? Ich meine gut. Ähm, auf der einen Seite wäre es natürlich ganz cool, das oben hin zu machen, wo auch Eis, ne? Gebraucht wird, sag ich mal. Auf der anderen Seite bin ich ganz ehrlich, ähm, würde ich es gerne irgendwo hier machen. Nein, halt. Hallo. Ich weiß noch nicht, wie groß der ist. Ja, der ist so groß wie die anderen, dachte ich mir schon. Äh, würde ich es nämlich ganz gerne hier machen, damit das so ein bisschen zusammen ist. Äh, mach ich den hier hin? Ah, komm. Ich hab nichts besseres zu tun, als das einfach hier in den Weg zu klatschen. So. So. Achso, sprich mit Christoph. Wo ist der denn schon wieder? Oh. Oh. Ach, der Kerl geht mir auf die Nerven. Dass der immer überall ist, nur nicht da, wo er hingehört. Ähm. Ich würde auch hier gerne mal wissen. Ah, mein Feld ist durch. Da. Das tut mir jetzt wirklich sehr leid, aber. Da muss ich jetzt mal eben. Nein. Ach, ich wollte das so speichern. Oh, dein Ernst jetzt. So. Mann. Muss ja sowieso ein Foto machen. Da hab ich mir gedacht, dann kann ich auch direkt eins hier von dem kleinen Feld machen, was ich gemacht hab. So. Das machen wir auch noch schnell. So. Oh, hey. Okay, ich habe einen Verkaufsstand, also bin ich jetzt wohl ein Ladenbesitzer. Oder heißt es Verkaufsstandbesitzer? Ich werde Anna fragen. Wie auch immer. Komm vorbei, wenn du etwas brauchst. Ich werde Weichholz, Steine und Sand verkaufen. Wow. Ernsthaft jetzt? Ich dachte, dass der Eis verkauft. Ich war mir anfangs nicht sicher, aber ich glaube, es wird großartig werden. Danke, Gameplayerin. Weiter so. Ich dachte, dein Ernst. Dein wirklicher Ernst. Ja, ich würde sagen, wir können zwar noch weitermachen, aber die Folge ist schon wieder fast eine halbe Stunde lang. Also würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut und sehen den Rest von Christophs Folgen, äh, Christophs Quest dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020